GmbH GmbH Zeit hat sich sukzessive nach oben bewegt, das Ganze umsatzmäßig und auch arbeitsmäßig haben sehr, sehr viele Kunden, das haben wir heute auch wieder bestätigt bekommen, hier bei den Kunden, die uns besucht haben. Bestätigung von den Kunden, Bestätigung auch vom Partner Kleibermark hießen. Im Jahr 2013 bekam die Firma Schifferdecker den Marketing Award verliehen, eine Auszeichnung mit Gewicht. Ich freue mich immer, wenn unsere Unternehmer hier in Meckesheim auch objektiv ausgezeichnet werden, von höheren Ebenen, insofern Glückwunsch nicht nur zu dem Berufsjubiläum heute, sondern nicht auch zu dem Marketingpreis im Jahr 2013. Ich bin beeindruckt, das ganze Gewerbegebiet hier, jeder macht eine Aufstelle und hier ist natürlich auch am meisten los. hier sind schwere Stände und die ganze Präsentationshalle hier, das ist beeindruckend. Wir haben uns schon länger, kennen wir uns halt entsprechend durch die Firma Kleiber, die Firma Schifferdecker, die Familie Schifferdecker, wir kennen uns halt entsprechend von die Premium-Events, die Kleiber halt veranstaltet. Ich war in diesem Ort, ich glaube, wir sind noch nicht, aber wir haben Glück, das Wetter ist gut und die Stimmung ist hoch und hier haben wir sogar ein Premium-Award, das sind haltensprüche, die für die Besten haltensprüche. Ja, das wäre genau meine nächste Frage gewesen, wie es zu dem Kontakt zur Familie Schifferdecker kam und sie beantwortet und vielen Dank dafür. Ich bedanke mich. Wir haben schon lange eine Marquise von der Firma Schifferdecker, sind seid zufrieden. Gucken wir uns mal ein bisschen, ob es was Neues gibt, was Neues tut im Markt. Es ist immer interessant, so einen Tag der öffnen Tür. Wir haben eine Marquise bekommen und zwar eine Sonderkonstruktion aufs Dach. Wir haben einen Balkon, wo es nicht möglich ist, eine Marquise ganz normal draufzusetzen, weil wir ein Katzennetz außenrum haben und haben jetzt seit 19 Jahren keine Möglichkeit gehabt und der Herr Schifferdecker hat uns da jetzt in der Hinsicht aufgeklärt, dass es eine Konstruktion aufs Dach gibt und die haben wir jetzt montiert bekommen. Der Wintergarten ist natürlich existiert noch nicht, aber hier hat man ja die Möglichkeit, sich alle mögliche Arten von Sonnenschutz anzugucken. Es geht hier um eine Wärmedämmung nochmal auf einem 30 Jahre alten Haus und hier an dem Haus ist angebaut eine Marquise und ein Vordach und der soll erneuert werden. Marquisen, Überdachungen und Wintergartenbeschattungen. In der hauseigenen Ausstellung wird die gesamte Produktpalette von Kleiber Marquisen direkt vor Ort präsentiert. Anschauen, anfassen, anfühlen, bei Schifferdecker finden Sie auch eine große Auswahl an Mustertüchern für ihre Marquise. Mit zahlreichen Kundenevents bedankt sich die Firma Schifferdecker regelmäßig bei ihren Kunden für die langjährige Treue und das Vertrauen. Vielseitige Aktionen wie die Rhein-Neckar-Löwen-Roadshow sorgen für die nötige Abwechslung. Eine Autogrammstunde mit den KSC-Spielern ist mit Sicherheit ein Highlight. Ja, es ist relativ selten mitten in der Saison, so vor der Saison ist es öfters, dass wir zu Sponsoren gehen, zu Sponsoren-Meetings machen. In der Saison ist es leider so, dass wir halt relativ eingebunden sind, sprich mit Training oder mit anderen Aktivitäten, mit Mannschaftsbesprechungen oder so, da kommt das ja leider relativ selten vor. Als Premiumpartner von Kleiber Marquisen verfügt die Schifferdecker GmbH über das gesamte Produktspektrum, von altbewährten Klassikern bis hin zu den neuesten Innovationen. Die größte Auszeichnung aber sind zufriedene Kunden und von denen hat Sonnenschutz Schifferdecker jede Menge. Sonnenschutz zuverlässig und schnell, besuchen Sie die Firma Schifferdecker auf schifferdecker.biz oder kommen Sie doch gleich persönlich vorbei. Sonnenschutz-Technik Schifferdecker GmbH bei Mannsbruch 5 in Meckesheim.